ok wir können uns auf jeden fall wieder was neues bauen ich weiß zwar noch nicht wo an welchem teil hier so gucken wir können es auf jeden fall und nahrungs ausrüstung anboss ja mal das weil spieler worms aufgaben weil spieler handschuhe die kann schuhe in dicker mütze alles klar ausrüstungs anboss da haben wir nicht das was ich gerne hätte aber so wenn hier noch ein dicker stiefen war an entdecke handschuhe so das haben wir ja alles stahl rüstungsplatte zwei stück leder und drei vatales männer das ist natürlich eine menge das ist echt eine menge das können wir hier rezepte kerze leder da brauchen wir feld feld hatten wir auf jeden fall noch steinsäge brauchen wir nicht was haben wir hier ok ok wir haben geschnitztes holz gut dann gucken wir mal warte mal wir machen wir eben hier halt schuldigung wir hatten noch feld da ist doch weißes feld das nehmen wir mit zack so das nehmen wir das brauchen wir jetzt nicht das brauchen wir auch nicht was haben wir sonst noch fein feld steinplatte die nehmen wir mal mit wer weiß ob wir die noch gebrauchen können eisengewicht ne brauchen wir glaube ich nicht pulver zum temperieren das können wir dann alles noch machen hier war dann hier war nur das drin ok dann könnten wir rein theoretisch erstmal leder machen leder feld jetzt weiß ich gar nicht wie viel leder brauchten wir denn für den wald speerwurms hier gucken wir mal eben so das war hier vier mal leder brauchen wir vier mal ok das bauen wir uns jetzt einfach mal das teil ich weiß noch nicht ob das so sinnvoll ist einmal leder haben wir weißes leder ok zweimal dreimal vier mal ok 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 da kann er das jetzt erstmal fertig machen so 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 was braucht man denn sonst noch dafür wir brauchten noch stahl rüstungsplatte hä hallo stahl rüstungsplatte nee das ist eine eisenplatte halt 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 so hinterlegen sie stahl rüstungsplatte hier aha okay da ist sie ah wir brauchen einmal pulver zum temperieren okay ich komme gleich wieder gut dass wir das nicht weg getan haben oh äh tschuldigung oh das war ein bisschen hoch so einmal pulver zum temperieren zack habe ich wie geil ist das denn jetzt können wir wieder mal ein bisschen was weiter bauen okay zack äh stahl aus den eisenstücke ach jetzt kommen so zack und nee zack so dann machen wir jetzt erstmal das hier prima so haben wir das auch fertig dann gucken wir mal weiter okidoki ich glaube jetzt könnten wir rein theoretisch können wir das bauen nee wir brauchen oh alter wir brauchen noch mehr wir brauchen noch so eine stahl rüstungsplatte ok müssen wir nochmal einen hier reintun und da nochmal was reintun und dann noch eine bauen ok das wusste ich jetzt nicht das habe ich jetzt nicht direkt gesehen so dann können wir jetzt aber erstmal boah die waldtale sind dann direkt alle drei weg das leder haben wir auch und hier jawohl haben wir das auch und dann können wir uns ok also was jetzt brauchen wir noch mehr an leder warum geht denn das nicht leder was ich habe nur zweimal leder auch kommen jetzt wird es mich aber hier verkohlen kann das sein das heißt wir brauchen noch zweimal leder 1 2 haben wir hier viermal leder was soll denn das jetzt jetzt verarscht er uns aber aber richtig so ja zack zack und zack okay jetzt hat es funktioniert hat ein bisschen rumgespock gespackelt dann kriegen wir jetzt ein ein ausrüstungs wie heißt das ding nochmal waldspeerwurms okay okay warte mal es dauert nicht mehr lange dann haben wir das und zwar haben wir das jetzt da ist es das können wir wahrscheinlich jetzt hier anziehen oder jup gucken wir uns das nochmal an haha cool auch nicht schlecht obwohl ich den einen da den den hanisch fand ich ein bisschen der hanisch war besser ja der war wirklich besser weil da können wir nämlich richtig mit miau da können wir nämlich richtig mit fliegen so wow okay aber wir haben das schon mal schließe die preise beginnt ab aufgaben ja da haben wir noch eine einen haben wir noch einen haben wir noch 0 von 1 design holzschild das haben wir aber nicht äh wir haben das einfach nicht wofür so so laternenmast habe ich noch laternenmast können wir bauen ja auch nicht schlecht gucken wir doch mal da will ich jetzt mal wir schauen uns das mal eben an was brauchen wir denn für den laternenmast was eine glasscheibe geheime formen der siedler ja wo kriege ich denn die hier eisenplatte brett glasscheibe was einmal sand sand ja klar für glas okay sand wo soll ich denn sand herholen aber das wäre ja wohl mal noch eine richtig geile kiste wow da könnten wir mal so richtig schön hier noch okay okay das sieht auch nicht schlecht aus da könnten wir hier noch richtig schön oh hier ist noch noch schön was bauen aber da brauchen wir erst mal sand dann müssten wir uns sand holen dann könnten wir äh warte mal einrichtungsambus ne das war ne hier war das ne drehbank ne scheiße wo könnte man jetzt die lampe bauen jetzt muss ich aber ausrüstung nein dann ist es der andere hier ich komme hier ne hallo alter ja jetzt bin ich aber am verzweifeln hier wo waren das jetzt hier war das nicht das ist die säge dann kann das eigentlich nur hier sein oder ausrüstungsambus das hat ne 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 das ist falsch schmiede auch nicht und hier auch nicht steinsäge nee schade ach da ist sie oh cool heubein können wir auch herstellen und ein Bett ja episch eisenplatte wir bräuchten eigentlich nur sand okay da schauen wir noch eben kurz nach ob wir da vielleicht in der stadt des lichts was bekommen sand das wäre nämlich ne richtig coole kiste und dann ah ah dann gucken wir mal ob wir uns so ne geile lampe noch bauen huhu ja da müssen wir mal echt mal gucken dass wir so ein bauwettbewerb hier starten aber ich glaube da müssen wir ein bisschen länger in der warteschleife bleiben aber jetzt gucken wir erstmal ob wir den sand irgendwo noch kaufen können bin ich mal sehr gespannt das ist ja hier unten irgendwie bei den futzi händlern okay für inselnamen nein stoff nicht möbel auch nicht okay danke möbel ne möbel brauche ich nicht schlüssel handwerksmaterial das ist doch schon mal was äh ja braucht kein mensch hier strehen stein block geschnitzt ist ne 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 kann ich irgendwie nix mit anfangen hm schade so sand kriegen wir hier schon mal keine aber keine formel der siedler schade 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 stoff was ist denn hier blaues fell ja brauchen wir auch nicht vielleicht gucken wir nochmal hier oben äh warte mal wo war das das war hier hinten das war nicht war nicht so gut okay wir können hier nicht hochflitzen dann gehen wir erstmal hier rum so entdecke einen doppeltür öffnen dankeschön hey du gummizwerg ja vier stück können wir uns keine kaufen zum temperieren äh ja du fachst nicht können wir nicht kaufen die hat auf jeden fall keinen sand der glaube ich auch nicht viel nee also hier gibt es nix im moment sand mäßiges da bin ich mir fast sicher schlüssel ne können wir nicht gebrauchen und das ändert sich dann alle ah ja das verfügbar für 15 stunden ok und dann ändert sich das wieder aber da können wir im Moment nicht viel mit anfangen nicht gestattet ok wir können hier nichts abbauen wir bräuchten aber sand oder glas das gibt es hier aber nicht also gehen wir wieder zurück und gucken mal dass wir soweit dann die anderen sachen noch fertig küligen also es ist schon etwas schwierig weil man immer wieder was neues braucht wo man nicht mal so eben dran kommt aber trotz alledem macht das einen riesen spaß und finde ich auch sehr gut gemacht ist nur ein bisschen doof dass man nicht mal alles an materialien so findet wie man das gerne hätte und sand haben wir bis jetzt hier auf unserer insel ist kein sand da können wir nichts mit reißen oder habe ich irgendwo sand ich wüsste nicht das ist milchsteinblock erde und das war es und hellgrünes gras ja geil da können wir schon mal nichts mit machen rezepte was haben wir denn sonst noch webstuhl waffen am boss aus und da sägetisch das haben wir ja soweit alles gebaut und ja ja da müssen wir mal gucken da kriegen wir bestimmt noch hin auf jeden Fall wenn wir da noch weiter kommen wir haben ja jetzt auch schon wieder ein ganzes stück geschafft und dann werden wir mal sehen wie es beim nächsten mal aussieht auf jeden Fall finde ich das schon ganz cool was wir hier hingekriegt haben bis dato okay dann würde ich sagen an dieser stelle mache ich jetzt einen kleinen break erhole mich nochmal nein so schlimm war es ja nicht und dann schauen wir in der nächsten runde dann einfach mal dann werde ich mich frühzeitig einloggen dass wir mal so einen Bauwettbewerb hier teilnehmen können damit hier oben dieses blöde Fenster weg geht das geht mir nämlich langsam auf den Keks gut ich bedanke mich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal auch wieder dabei seid bis dahin Tschüssi Kowski